Ein historisch schlechtes Ergebnis für die CDU. Im Osten des Landes sogar katastrophal. Dennoch gibt man sich im Konrad-Adenauer-Haus selbstbewusst. Kandidat Armin Laschet sprach von Kraftanstrengung und Herausforderung. Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier sagte, man müsse insbesondere auch die jungen WählerInnen zurückgewinnen. Es wird ein schwieriger, langer Weg und schwierige und lange Koalitionsverhandlungen. Lena Rosch, Euronews Berlin.